Ich spiele jetzt mein viertes Jahr. Ich bin zugekommen, weil ich immer zum Klassik oben mit meinem Papa und meiner ganzen Familie gehe. Als ich einmal David Garrett gesehen habe, wollte ich dann auch anfangen, Geige zu spielen, weil der so schnell spielen kann. Das Schwere bei der Geige ist, dass man... Da ist jetzt eine Markierung, wenn der zweite Finger ein Kreuz hat, wenn er hoch ist, und die spielen meistens dann hier. Aber das darf ja gar nicht sein, dann muss er hier sein. Und dann ist das immer sehr blöd, aber so einen riesigen Abstand muss man manchmal machen. Das ist dann halt sehr schwer, weil mein kleiner Finger ist ja auch ein bisschen krumm, erkennt man hier noch mal ein bisschen. Also den Concord spiele ich sehr gerne, den Dilly Dance spiele ich auch sehr gerne. Aber ich glaube mein Lieblingslied ist echt der Mückentanz. Aber bei David Garrett ist es natürlich fluchte Karibik, weil der ist so richtig schuld. Jetzt habe ich mich verspielt. Dann wollte ich mir das auf dem Kopf in der Mitte, dann war's nicht ab. Dann mache ich nicht in der Mitte, aber wir müssen uns das entdecken. Dann habe ich mich heruntergeist, wie es mit dem Kopf ist. Und dann mache ich einen Teufel. Soll ich mich nur noch bei ihr?